Hallo und herzlich willkommen zu einem anderen Spiel diesmal. Bis gerade ist noch PUBG gezockt, neun Uhr morgens, aber wir können immer noch nicht pennen, also ist der Kette auch wieder am Start. Das ist unser Rage-Game. Wenn man einfach nicht loslassen kann, dann macht man zwei, drei Runden und dann hassen wir uns so sehr gegenseitig, dass wir einfach ausmachen. Das ist jetzt unsere Strategie. 2 gegen 2. Ich such mal. Ja, ist auch schon eine Weile her. Ja, ist eine Weile her. Aber wir müssen noch, bevor es losgeht, sagen, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich komplett aus, also nicht eingespielt bin. Wann habe ich das letzte Mal gespielt? Keine Ahnung. Vor einem Monat, vor zwei Monaten. Keine Ahnung. Red ich dich raus. Ich, ich bin der Profi René Stenou. Also. Ja, muss man dranschreiben. Muss man dranschreiben. Muss man dranschreiben. Deiner. Fuck. Mit welchem Knopf? Ah ja, okay. Den hätte ich so schön weglampfen. René Stenou. Du, bleib dran. Ich bin noch nicht warm. Ganz cool. Ganz cool. Ich musste gerade gucken, welche Kamera die, die, die Ball ändert, man. Da kommt die Vorlage. Nein! Oh, das tut mir fast leid. Hey, wo kommt der denn auf einmal her? Doppler. Halt die bloß auf, Mann. Vielen Dank. Kein Turbo. Kein Turbo. Nein. Nein! Boah, das war mal mehr wie ein Glück. Großes Glück, ey. Nein! Mach doch keine Faxe. Nein! Keine Chance. Alle Trainees schulden. Wir wollen es mal so gesagt haben. Nein, jetzt will ich drehen, mach ich doch. Ja, ich stelle mich grad schon ein bisschen dumm an. Nein, ich schieße gut. Die sind nicht alt. Oh, der kommt genau auf unser Tor. Die sind aber hartnäckig. Wenn sie nicht grad fast Eigentore schießen. Was war das denn? Schöne Vorlage, noch ne schöne Vorlage. Und danke, bist du. Ja. Hätte ich besser nicht machen können. Deiner? Ja. Alter, wenn der reingeht, wäre das ein Bild. Wäre so schön gewesen. Nein! Warum? Warum? Ey, stell dir vor, das hätte funktioniert, Mann. Ich wäre der Babbo auf YouTube gewesen. Warum mach's da? Warum fatsch die Ball? Wenn du die nicht hast, ist es deine Schuld. Nein! Es fängt schon gut an, naja. Nein! Da kommt deine Vorlage. Oder auch nicht. Oh Mann, ich bin so schlecht gerade. Das ist so normal. Wuh! Ich musste eben echt gucken, wo die Ballkamera war, ne? Wo ich angefangen hab. Ey, lass... Du wolltest dich lernen! Ich spiel mich gut, ich spiel mich gut. Ich hab's versaut. Nee, ich hab's versaut. Ich hab's. Ja. Ja, okay. Dann kriegen wir das erste Spiel halt ne Klatsche. Bisschen Wahnsinn, glaub ich. Ja, Ausrede. Wir waren einfach nicht eingespielt. Wir sind ja noch die nächsten. Safe place. Ja, da ist schon wieder so ein Fehler. Das wäre mir... ...sogar mir nicht passiert. Was? Darum fatschst du den Ball? Okay. Oh, warum treff ich den nicht? Du hast dich so ausgespielt gerade. Könnt ihr nicht einfach sterben, wie sich das gehört für Knechte? Du hast dich ausgespielt. Das sieht man halt nicht mehr. Du hast mich... Ich hab' gedacht, du hast ihn in den Trink gerade abgeführt. Ich will wieder hochdrehen. Ich hab' gedacht, ich hab' mich selber ausgespielt. Ich hab' gedacht, ich hab' mich selber ausgespielt. Nein, nichts. Na ja, da muss man hartnötig bleiben, ne? Ja. Ist noch nicht verloren, das Spiel. Ist noch nicht verloren. Ich wollte gerade sagen. Äh, deine? Ja, deine. Oh, was war das denn für? Den muss ich gerade anspielen, Mann. Oh, was war das denn für? Den muss ich gerade anspielen, Mann. Wer hat mir denn gestoppt im Wald? Wer hat mir denn gestoppt im Wald? Wer hat mir denn gedroht? Oh, nein. Du wirst gernenen Ball anspüren, oder? So, un-patchet! Ja, nice. Nice, nice, nice. Damit haben sie jetzt gar nicht gerechnet, ne? Kommt mir das an, der weiß gar nicht, was er da macht. Die Richtung gefällt mir nicht. Wir müssen jetzt gespielen. Nicht auf Zeit. Nicht auf Zeit, ihr Schweinebacke. Der Typ, der nur I heißt, der weiß genau, was er macht. Sehr gut, aber... Nein! Was are you doing? Ich spiel den Mund aus. Komm. 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 Das ist jetzt oder nie, Mann. Oh, jetzt oder nie. Nein, 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 nein. Nein, nein. Jetzt du mich verarschst. Oh, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Alter, das Spiel, das ist eh gut, dass es schon nur morgens ist. Das sind jetzt diese ganzen Kinder, die krank sind. Oh, was haben wir denn da? Sorry, sorry. Mit dicken Eckenfüßchen, mit dicken Ecken, dicken Ecken. Dicken Eckenfüßchen krank sind. Ja. Ey, kannst du eigentlich mein Profilbild sehen gerade? Ja. Kann ich. Ich kann ein Profilbild sehen. Das ist der Mann und... Das wisst nicht du, oder? Ja, klar. Das ist ein Foto von mir in der Arbeitskammer, Mann. Blau, Mann. Das war Ironie, oder? Nein, das ist echt ein Foto von mir, Alter. Ich hab das selber gezeichnet und dann hab ich das hochgeladen. Was ist das los? Ach, komm. Halt er die Foto, Mann, ey. Oh, Mann. Ja, aber so ein Spiel, das darfst du echt nicht mit mir nachts spielen, ey. Meine Nachbarn kommen hoch und töten mich, ey. Dann wären die richtig arg, nur deiner. Ich hab, ich hab, ich hab. Okay, du. Oh. Dankeschön. Dankeschön. Warum botnst du irgendwas? Ja, ich hab gedacht, ich hab nicht so ausgespielt, das muss ein Bot sein. Eine, eine, eine. Dieser Sky Yard ist ein Bot. Wenn du Tab drückst... Nee, warte, doch nicht. Ich hab kein Bot. Es war doch schon ein Bot. Find ich nicht. Nope. So will ich nicht spielen. Ich komme. Und verpassen. Scheiße. Ja. 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 Wo kommt der denn jetzt her? Der Start hat die ganze Zeit. Ich hab doch grad zwei Spiele ausgedribbelt, Mann. Wie konnte der da die ganze Zeit stehen? Hat sich selber mit der Tür gezählt, oder was? Ich könnte schwören, ich hab grad zwei Spiele ausgedribbelt. Ja, das muss man mal im Replay sehen nachher. Ja. Guck mal, wie perfekt ich ihn da hingelenkt hab, Mann. Ja. Ja, das war voll Absicht auf jeden Fall. Ja, das war voll Absicht auf jeden Fall. Ohne Sie. Sah gut aus. Ja. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, komm schon, Benni. Nein. Tja, wie du wieder ranfst. Und? Oh, komm. Nein. Das wärs fast gewesen. Ein schöner Winkelschutz, der hat immer noch gefehlt. Das ist keine Niederlage, die wir auf die Schicke denken. Nein. Das ist ein Elfmeter, den ich da verschieße. Den hätte ich jetzt echt gewöhnt. Oh mein! Oh fuck! Krieg den, krieg den! Ich hab geboot! Nein! Da hat nicht viel geschehen. Den hätten wir fast noch rausgekriegt. Guck an, guck an! So knapp, so knapp. Den Rest hätte ich noch haben können. Oh, jetzt wird die Vorlage von dir. Oh echt? Oh ey, im Ernst. So knapp und vor. Ihr verratet das nicht. Oh ey. Oh nein. Da hab ich gar nicht gerechnet, dass die auch noch spielen. Die müssten eigentlich schon von alleine aufgehen, ne? Da haben sie im Regelwerk hier vorne. Go away! Nein! Oh, ich dachte das war. So langsam. Langsam werd ich fahren. Nur so langsam. Oh, jetzt werden so knapp. Ich auch. Oh, das war die falsche Wischung. Nee. Oh man, das hat jetzt... Oh, schön. Oh. Oh. Oh, oh. Ich range ihn weg. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Also du hast gesehen. Ja. Beiß ins Essen, Junge. Der hat gar nichts mit dem. Der hat gar keinen Bock mehr. Das war so beabsichtigt auch noch dabei. Ja, aber jetzt sind wir wieder da. Weil ich für den meisten da und du bist ein Profi und du kannst trotzdem mithalten, auf meiner Ehe. Oh, 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 er kommt wieder, man. Er denkt, er wär's, man. Er denkt, er wär's, man. Das ist doch ein anderer Spieler jetzt, oder? Hat er nicht geraged eben? Ja, das ist casual. Da werden neue Spieler reingesetzt. Guck an, wie er hocht, Mann. Guck an, wie er hocht, Mann. Guck an, wie er hocht, Mann. Ah, der macht gar nichts mehr heute. Hehehe, du hast ihn einfach. Oh, zu schnell. Meine Flyskills müssen reinkommen, dann ist die Ende für ihn. Nee. Das hätte richtig nice werden können. Hätte. Oh mein Gott, meine Flyskills kommen längst und wieder. Merkst du es? ACHGEN Warte-warte, warte. 5, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 9, 10. Wir sind noch vorwänkelnd. Nice. Ja, super. Jagen-Jagen. Ja, schöne Runde. Ja, wie lange ist so ein Spiel, Alter? 5 Minuten. Das war jetzt das zweite Spiel, oder? Ja. Soll ich hier einen kleinen Cut machen und das als eine Episode machen? Wenn du jetzt 10 Minuten Videos machen. Ich weiß nicht. So, die erste Runde war jetzt nicht unbedingt Tricke. Weißt du, vielleicht nehmen wir nur coole Runden, weißt du? Ja, okay, eine Runde noch, aber länger wie 15 machen wir dann auch nicht. Weil sonst ist das nachher mit Editieren zu nervig. Ja. Aber was willst du bei Rockettyp wieder rausschneiden? Ja, die Leute beschweren sich immer. Alles, was so über 15 Minuten geht, da merkst du richtig Überlänge, blablabla und so. Weißt du, die wollen das auf der Arbeit gucken können, ich weiß nicht. In ihrer Pause oder so. Also, anfangs habe ich immer so anderthalb Stunden Videos gemacht. Ja, aber was willst du damit rauskacken? Ja, Wartezeiten. Ja, außer, außer die Warte, die sind jetzt 10 Sekunden ab. Weißt du, dann hast du vielleicht 30 Sekunden weniger, weißt du, aber ob dir jetzt 15 Minuten und 30 Sekunden oder, 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 weißt du, oder 15, oder was, das ist es dann. Du machst voll die geilen Bogen, du treffst aber nie. Oh, jetzt kommt deine Vorlage. Und? Ja. Ja. Dankeschön. Dankeschön, bitteschön. Ja. Willst du dazu machen, oder sagen, ne? Das sind die Standards, also, das kannst du dir ja Profi nicht mehr leisten, sowas, eigentlich. Wir, wir, wir erinnern nochmal, ne. Also, du kannst noch kurz an drücken. Da siehst du, ich bin Meister. Wer ein bisschen Rocketty kennt, der weiß, das ist ein Ublevel-Klucket-Dick. Das ist schon das Stück. Ja, und das ist... Also wir spielen ja auf Meile Helo, er wird mir auf die Abwehr eingerägt, so. Das heißt, die sind jetzt auch mit Meister und die verkacken gerade. Was finden die da? Die haben 0 irgendwie T-Roc, Alter. Die wollen einfach nur die Ball... irgendwie hinten, weißt du? Die wollen einfach nur diese Ball... Mach Vorlagen, ich mach rein. So! Oh! Komm, 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 komm! Warte, warte, lass das, ne? Ey! Mein Ball! Du fährst ja den Ball, ne? Ich hab nicht so Rollen will mich grad kaputt machen. Aufblade, aufblade! Oh mein Gott! Solo, Solo! Ohohoho! Guck dir das an! Ja, ein Figo, Mann! Ohohoho! Und die noch gerammt, ey! Das gerammt war mehr ohne... Deiner! So, mach rein! Nein! Du Arschloch! Das ist ein Vorlager! Das ist ein Vorlager! Oh, jetzt kommt dein Vorlager! Den hab ich... Komm, 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 komm! Weiß ihn! Ohohoho! Nein! Der Winkel! Aus diesem Winkel! Kam richtig gut! Auf jeden Fall! Oh! 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 Die Richtung hat mir jetzt nicht so gefallen! Nein! Aber du Parade hast du gesehen! Extra für den Bonus nochmal! Äh, extra für den Augenblick, ey! Oh Gott, nein! Okay! Oh Gott, nein! Okay! Aber darf man sich normal auch nicht erlauben, ne? Aber bei dem... Bei dem reicht das, ja! Oh, dein, 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 Koko! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Nein! Krieg ich nicht! Der Typ! Der hat bestimmt zum Richtig viel rein gefällt, um diese Tor-Animation zu kicken, ey! Und dann schießt der Tor zum Tor, ey! Das ist bei mir jedes Mal ein neues Highlight, ey! Auf jeden Fall was du Souken! Oh Gott, nein! Richtig! Oh Gott, nein! Das wird noch eine knappe Kiste. Ah, mehr Lacken als das andere. Sein Nade ist nicht auf seiner Seite, wenn du mich fragst. Oh, deine Vorlage? Ich hab versagt. So, weg, um zu deiner. Verdammt, der kann auch ein bisschen fliegen. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist richtig los. Das ist richtig los. Der feiert sich grad richtig, ey. Der feiert sich grad richtig, ey. Der denkt, da ist es jetzt, weil er diesen Comeback rauskommt, ey. Das ist ein richtig guter Pass, Alter. Oh Gott. Einer von uns muss rangehen. Machst du weiter, Mann. Ich muss noch nicht aufgeben hier. Deiner, deiner, deiner. Jetzt müssen wir noch mal machen, ja. Deine Vorlage, deine Vorlage muss jetzt rauskommen. Deine Vorlage, auch deine Vorlage, Mann. Ja, genau. Ist sie gut genug? Gut genug. Ja, okay. Danke, danke. So, er schreibt jetzt schon kein Problem so, als ob er schon so denkt, so, er macht jetzt eh umgroundys schemes. Der Panzeranghtel ist weiter. Deiner oder? Und? Da kommt jetzt halt. Oh fuck. Die habe ich ausgespielt. Shit, jetzt wird's nicht in der Mitte sein, man. Da kann ich jetzt effekte Proof doch machen. Oh, die Vorlage! Nein! Warte, 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 warte! Nein! Ich wollte ihn auf den Kopf halten, aber... Die Vorlage, das nächste zu erzählt noch. Deine Vorlage, meine Vorlage. Jetzt zählt. Oh, nein! Boah, das wär's jetzt gewesen, ne? Oh. Jetzt bist du wieder dran. Oh. Oh, bitte! Nein, nein, der ist früher dran. Nein, nein, ich wollte. Wurde er den nochmal? Okay. Die Richtung ist nicht gut. Oh. Ich hab... Ah, daneben! Ich muss es nicht ausspielen von dir. Nein! Ich wollte keine Vorlage gerade. Ich war... Ich hab auch nur wieder auf den ZRF gefahren. Deine Vorlage? So schnell. Es wird so lange Zeit, dass ich mich konzentriere, Mann. Oh, Tor! Oh, boah! 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 Boah, Dicke! Du fährst gerade, Mann! Ob du jetzt... Du fährst immer noch gerade. Ist ja nicht so, dass auf einmal stehen bleibt oder so, das Auto so, weißt? Ja, dann kurz zurück zum Hauptmenü, würde ich sagen, unterbrechen wir das auch erstmal hier, weil das sind jetzt mindestens 15 plus das Gelaber am Anfang und am Ende, also das hat schon wieder Überlänge. Boah, ist mir egal. Hast recht. Jetzt hat man drei Spiele gesehen und ich glaube, das ist immer gut, weil dann siehst du immer mehr gewonnen oder mehr verloren, weißt du, wo kann man verbessern und so. Ja. Ja, das waren echt schöne Spiele dafür, dass wir bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr gezockt haben. Kann man so machen, oder? Ja. Ja. Okay, dann, ich lege ich einfach mal auf, ne? Jetzt wäre es ein Telefon hier. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich ist die nächste Episode, die hochgeladen wird, arg. Es kommt drauf an, es kommt drauf an. Es sind ein paar Dinge erledigt worden, aber das wird dann ein kurzes Video. Schauen wir mal. Okay, bis denn und danke fürs Reinschauen.